Und dann zu diesem VfB aktuell und ja, der VfB lässt sich halt einfach mal wieder, ja letztlich keine Zeit, er lässt uns keine Zeit und macht direkt weiter. Heute war eine Pressekonferenz, also nach Mitgliederversammlung, nach dem 2-2 in München, eigentlich schon emotionale Tage genug quasi oder viel passiert. Hauen wir uns heute die Pressekonferenz noch direkt raus, um 13 Uhr war die heute Mittag. Ja, und Ruhe kennt der VfB wohl einfach nicht. Twitter explodiert schon wieder komplett. Ich kann schon mal vorwegnehmen, oh Wunder, der VfB lebt auch noch nach der PK, den VfB gibt es auch noch nach der PK. Gehe auch da, kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht komplett diese Weltuntergangsstimmung mit und will hier einfach so ein bisschen zusammenfassend quasi berichten, chronologisch, was so passiert ist auf der PK, was so gesagt wurde auf der PK, mit einer kleinen Meinung, einem Fazit quasi von mir natürlich immer wieder und natürlich auch am Ende vom Video. Erstmal Werle durfte das Eingangsstatement geben, das auch recht lange geworden ist. Es hat gesagt, es gab ein Gesamtbild mit Rino, Sven und Rüten nach der Saison. Man wollte sich weiter breiter aufstellen im Sport, kein externer Sportvorstand hier. Natürlich die ganzen großen Worte, Einheit, Kontinuität, Kompetenz, Persönlichkeiten, Kooperation, Führung und so weiter. Und sieht es, was ja auch durchaus richtig ist, als starkes Zeichen, dass Khedira, Lahm und Gentner eben Bock haben auf den VfB. Trotzdem auch hier, man will trotzdem erstmal kleine Brötchen backen, nur weil die jetzt hier quasi neu am Start sind. Die Weltmeister, die Champions League und so weiter hier neu am Start sind als Berater. Werden wir nächstes Jahr nicht Champions League spielen? Klare Aussage, ist ja auch logisch. Man will weiter einfach stabil in der Bundesliga bleiben, da Stabilität aufbauen. Ein bisschen Erfahrungen haben die ja sowieso durch Fußball, durch bei Khedira auch international, bei Juve, Real Madrid und so weiter. Aber quasi richtig, wie soll man sagen, ausbildungsmäßig. Bei Khedira ist es der Management-Lehrgang von der UEFA gewesen, bei Gentner der von der DFL. Und DFB glaube ich auch. Lahm ist ja unternehmerisch, so ein bisschen am Start. Das hat ja auch bei der EM 2024 zu tun, also ein bisschen Vorerfahrung ist da schon auch da. Klare Aussage von ihm, von Werle, Zitat, mit Rino, mit Sven, mit Rüth. Weil natürlich darum wird es am Ende vor allem gehen, natürlich auch in Meinung und in Erwirkung geht es ja vor allem um das eine noch ungeklärte Thema, verlängert Sven Missentat oder nicht. Werle sagt, man wollte den Blick von außen zulassen, weil man selbst so ein bisschen im Hamsterrad drin ist im Verein. Khedira und Lahm beraten Werle und damit auch die strategische Aussage des Klubs quasi. Es soll aber auch um Nachwuchsleistungszentrum gehen, vor allem auch um den Übergang von Nachwuchs zu den Profis. Kennen ja alle drei da oben. Gut, Lahm war halt nur ausgeliehen zu uns, aber Gentner und Khedira haben ja den Nachwuchsleistungsweg durchgemacht. Er sagt auch, er glaubt oder er sagt, dass er glaubt, dass Sven sich auch darüber freut. Natürlich auch da Themen von der Karteplanung, wo dies natürlich dann auch gehen würde. Gentner wird an Missentat und Rüth berichten. Das genaue Profil wird da noch erarbeitet und Werle hat sich auch noch bedankt beim Aufsichtsrat und bei Vogt. Da gab es eine hundertprozentige Unterstützung. Danach Khedira. Jeder durfte so ein kurzes Eingangsstatement geben. Danach kamen die Pressefragen. Khedira wollte sich schnell nach dem Karriereende weiterbilden. Der wollte alles perfekt vorbereiten. Die Rolle hat ihn dann gereizt. Er ist nicht operativ. Er lernt so weiter, kann aber seine Erfahrungen einbringen. Sagt der VfB, ist sehr gut aufgestellt. Er will quasi keine Verbesserung sein, sondern einfach eine Erweiterung. Also nicht im Sinne von, wir kommen, weil hier nicht schon jemand da ist, der das kann. Oder weil hier noch zu wenig Kompetenz da ist. Sondern einfach eine weitere Erfahrung, weitere Kompetenzen, die eingebracht werden in den Verein. Warum VfB, sagt er auch ganz klar, braucht er nicht groß betonen. Er hat hier mit seinen größten Erfolg gefeiert mit der Deutschen Meisterschaft. Muss man auch sagen, wenn er sowas sagt mit mit größter Erfolg. Klar, da waren auch Jungen, natürlich auch besonders in Erinnerung geblieben. Aber der Kerl hat WM gewonnen, Champions League gewonnen. Er sagt, sein mit größter Erfolg. Natürlich auch hier geboren, klare Geschichte. Er spricht auch davon, von Team. Es geht nur im Team. Es geht um den VfB. Der VfB steht im Vordergrund und nicht quasi dann irgendwie, was ja auch passieren könnte, wegen großem Namen. Nicht Khedira oder Lahm, sondern VfB. Lahm war danach dran. Auch gesagt, ihn hat das Modell gereizt. Es ist nicht alltäglich, dass sich ein Vorstandsvorsitzender quasi beraten lässt oder eben die Funktion von Werder sich da jemand beraten lässt. Steckt noch mehr Potenzial in der Stadt und im Verein. Das ist die große Aufgabe, wieder mehr Spiel zu gewinnen als zu verlieren. Hat sein Partner so ein bisschen diesen Vibe von Make VfB great again. Weiß ich nicht. Dieses alte Erfolge. Wir sind doch so groß und so weiter. Was wir auch schon öfter hatten. Gentner dann hat noch gesagt, dass Karriereende nie leicht ist. Sagt auch dasselbe wie die anderen. Nämlich, dass Werle sehr hartnäckig war. Hat auch bei Gentner scheinbar quasi Nein von ihm erstmal gesagt. Ja, egal. Wir reden weiter. Also er war wohl sehr hartnäckig. Werle wollte das auf jeden Fall so haben. Vogt auch noch dran gewesen. Die vier waren, die fünf waren auf der Bühne quasi, vor dem Mikrofon. Man ist in der letzten Saison auf Fußball untypisch ruhig geblieben, hat er gesagt. Man hat niemanden in Frage gestellt. Auch hier wichtig zum Thema Misszitat, Zitat von Vogt. Man hat niemanden in Frage gestellt und dann eben das Zitat von Vogt. Sven schon gar nicht. Auch wichtig. Die drei Hochkaräter sind ein großes Kompliment für den VfB. Er sagt, er lobt auch, dass davon absolut nichts nach ausgedrungen ist. Was ja stimmt. Das sind eigentlich große Namen. Kann auch gut sein, dass nochmal was durchgeht. Ist nichts passiert. Natürlich, die haben auch nicht erst am 1. September miteinander verhandelt. Das ist auch bei vielen schon recht länger, ein bisschen länger her, dass die ersten Kontaktaufnahmen da waren. Man hat zuerst die Mitglieder informiert, danach die Presse findet er gut und packt er auch dazu, zu diesem neuen Wir-Gefühl beim VfB. Und dann kamen eben die Fragen, die Pressefragen. Fokus natürlich hier auf die Antworten und Inhalte. Auch hier chronologisch. Bei Gentner nimmt man sich die Zeit, jetzt die Zeit, die Aufgaben zu definieren. Mit Sven und Rüth. Das bis zum 1. Januar. Und hier klingt halt eben schon mal was durch. Nämlich es klingt so, als wäre da noch nicht allzu viel passiert bisher. Als wäre man da noch recht planlos, um das mal denen zu unterstellen, sage ich einfach mal. Dann wurde es ziemlich absurd. Das muss man schon so sagen. Es gab eine Frage natürlich zur Verlängerung von Missiltat. Das ist eine ganz klare Geschichte. Und da sagt dann Werle so ein bisschen süffisant, wenn ich, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen süffisant, sagt er, dass Missiltat auch im Raum ist. Also er ist auch da. Er war auch anwesend. Also hat Werle nicht gesagt, aber er stand wohl hinten, hinter der Presse im Raum. Er wurde halt auch, die Kamera ist nie geschwenkt oder sowas. Man hat das so ein bisschen gesagt nie gesehen in dieser Live-Pressekonferenz. Und hat eben gesagt quasi, dass er nicht hier stehen würde, wenn er das blöd finden würde. Das hat eben Werle gesagt. Finde ich ein bisschen unangenehm. Dann setz ihn doch da oben mit hin. Ich meine, klar, macht irgendwo Sinn, dass eben der Präsident da hockt, der Werle, da hocken eben die anderen Leute. Aber dann hock ihn halt mit da nach oben so. Hock ihn halt mit da oben hin. Das war so eine komische Kommunikation. Er sagt auch, dass er es eben nicht blöd finden würde oder nicht blöd finden könnte, wenn er doch hier stehe, dass jetzt eben diese drei Neuen hier dabei sind. Das wirkt er auch so durch eben, auch in der Aussage. Und da geht eben Werle tatsächlich auch auf den Insta-Post ein. Fand ich irgendwie auch ein bisschen komisch von Missiltat gestern Abend. Und es wirkte, also auch wieder übertrieben unter Stellung wahrscheinlich, aber es wirkte gefühlt so, als hätte er ihn selbst geschrieben. Der konnte den gefühlt Wort für Wort wiedergeben, was Missiltat da auf Instagram gepostet hat. Sagt dann auch, Zitat, entspannt euch ein bisschen. Ja, also da hätte ich in dem Moment gerne mal den Kameraschwenk gehabt auf Missiltat, ob der da irgendwie auch mitgelacht hat, irgendwie sympathisch. Also, dass es ein Zwischenspiel gibt zwischen Werle und Missiltat. So war es halt nur Werle, ohne dass man die Reaktion von Missiltat darauf sehen konnte. Und diese Kommunikation zwischen beiden unter Presse im Raum, ohne dass er ein Missiltat zu Wort kommt oder man überhaupt seine Reaktion sieht, unangenehm finde ich. Finde ich komisch. Generell, das ist wahrscheinlich das Hauptproblem an der PK auch für viele gewesen, ist eben diese Art von Werle. Also diese Formulierungen. Er hat versucht, oft irgendwie Witze zu machen. Und keine Ahnung, ich bleibe bei diesem Wort unangenehm. Er hat sich so ein bisschen aufgeführt wie der King of Kotlet irgendwie da oben. Weiß ich nicht so ganz. Und auch ein bisschen weiter hergeholt wahrscheinlich, aber da hatte ich kurz Flashbacks zu diesem Vergleich zu Augsburg. Damals als Weinzierl gesagt hat auf der Pressekonferenz, ich bin raus hier aus Augsburg. Und quasi hier, ich weiß nicht, was die genaue Bezeichnung von ihm in Augsburg ist, aber irgendwie Sportverstand und sowas. Der Reuter eben da quasi auch fünf Meter entfernt von der Pressekonferenz im Raum von seinem Podest quasi steht. Und mitbekommt, dass der Trainerkarakter sagt, ja, ich bin hier raus und er konnte gefühlt irgendwie nichts dagegen tun. So wirkte es irgendwie. Einer spricht oben offiziell mit der Presse, der andere steht nur im Raum rum. Irgendwie komisch. Trotzdem, das andere Bild auf der PK auch. Er wurde oft gelobt, Sven Mislintat. Ob jetzt direkt oder indirekt von Vogt, von Werle, von Ghedira. Auch hier das Werle-Zitat. Wir haben mit dem Sven jemanden, der über hervorragende Expertise verfügt. Lob war schon da. Aber diese ganze Kommunikation oder beziehungsweise nicht vorhandene Kommunikation dann, dieser komische Umstand von Werle sitzt da oben und berichtet und die anderen Kollegen. Und Mislintat steht irgendwie im Raum dabei. Einfach wirklich komisch, weil das für den drei Kollegen oben, alle drei haben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des VfB anerkannt. Also Ghedira, Lahm, Gentner, wir werden jetzt alle nicht, wie man ja auch befürchtet haben, irgendwelche Finanzstrukturen kaputt machen, gehe ich mal fest davon aus. Weil er sagt auch, dass zuerst die Funktion da war, dann die Person, also nicht zuerst Gentner. Und dann geguckt, was machen wir jetzt mit ihm? Ja, kann man vielleicht auch eine Frage stellen. Und will dann auch ein komischer Moment, dass den drei Neuen doch Fragen gestellt werden. Nicht nur ihm. Wirkt so, als würde er sich irgendwie ein bisschen um den Kopf und Kragen regen und würde merken, ich verkaufe mich hier doch gar nicht so geil. Ein bisschen unter Druck geraten und selber gerade keinen Bock mehr zu haben, auf Fragen zu antworten. Dann kamen auch Fragen an die anderen, wie ein Gentner zum Beispiel. Der sagt, das ist eine Möglichkeit, die nicht immer kommt. Hätte es auch quasi so kurzfristig, weil ja der Vertrag bei ihm noch bis Sommer gelaufen wäre, so kurzfristig auch nur für den VfB getan quasi. Ja, interessant auch hier. WM tatsächlich, durch die WM, so rum, durch die WM, tatsächlich die Saison in der Schweiz schon im November vorbei. Wusste ich nicht. Wenn das stimmt, dann macht das natürlich Sinn. Dann ist sie eh vorbei. Dann ist das am 1.1. raus. Dann hat er nach November noch ein paar Wochen Zeit, sich umzuorientieren, quasi dann beim VfB anzufangen. Dann macht das alles natürlich schon vom Zeitpunkt ein bisschen mehr Sinn. Wo man sagen muss, finde ich, stärkster Eindruck, Sami Khedira. Mit der stärkste Eindruck, Sami Khedira, absolut. Artikulation ist da vor allem die Nummer 1 bei mir. Das sitzt halt, du merkst es halt, da sitzt eine Persönlichkeit am Tisch, am Mikrofon, souverän, selbstbewusst. Der sagt auch, dass er und Lahm keine kommunikative Funktion haben. Sie haben nicht das Sagen, sehr wichtig. Sie wollen nicht wegen Namen oder sowas in der Öffentlichkeit stehen zum Beispiel. Wie gesagt, keine kommunikative Funktion, nur quasi unter hinter verschlossenen Gittern, doof gesagt, eben die Kommunikation mit Werle, die beiden. Nicht öffentlich und so, sie sind nicht der neue VfB oder so, sie sind Berater. VfB ist immer noch Nummer 1. Khedira hat natürlich auch, dass er super Kontakt hat. Ihm ist das Persönliche vor allem wichtig, also dass er halt wahrscheinlich vor Ort sein wird und mit Menschen sprechen wird im ersten Moment. Danach mal gucken, ob er es von zu Hause aus macht, wie auch immer, auch bei Lahm und so weiter. Die Beraterfunktion hat auch nochmal gesagt, dass ihn zum Beispiel Mourinho, der Special One, auch kein einfacher Mensch bestimmt, ihn erst eingeladen hat nach Rom, dass er endlich mal vorbeikommt und da ein bisschen guckt. Also Khedira ist da schon einer, den man wahrscheinlich schon ein bisschen als Menschenfänger bezeichnen kann oder auf jeden Fall als einen, der mit Menschen umgehen kann, was auch sehr wichtig ist. Es soll alles ein Miteinander sein und kein Gegeneinander sein. Und jetzt ist eben der Startpunkt davon. Es gibt hier auch, Thema Gentner hat auch nochmal gesagt, es gibt nichts auszuräumen zwischen Misserland und Gentner. Wir hatten ja die komische Situation 2019, dass es keine Verlängerung gab von Gentner nach dem Abstieg. Das war ja, hat Gentner auch gesagt, das war sportlich vollkommen nachvollziehbar. Ich glaube, Zeitpunkt war das, was er ein bisschen schade fand, aber da gab es absolut nichts, wo es irgendwie noch Probleme gibt zwischen beiden. Und da, Zitat, vielleicht interessant, vielleicht auch da durch die Blume durch von Gentner, Zitat, auch da müsst ihr euch, glaube ich, keine Sorgen machen, weil wer leider vorhin auch gesagt zum Thema Verlängerung von Bisset hat, macht euch da mal keine Sorgen oder bleibt da mal ruhig so in die Richtung. Und da sagt er eben, auch da müsst ihr euch, glaube ich, keine Sorgen machen. Vielleicht kann man da ein bisschen was rauslesen. Khedira sagt nochmal, dass es, wie gesagt, nicht darum geht, sich selbst zu inszenieren. Er möchte auch keinen Posten ergattern. Wird auch nicht öffentlich über Spiele und Spielär sprechen. Wie gesagt, der macht einen starken Eindruck. Sagt auch nochmal, dass er einen VfB liebt. Zur Verlängerung nochmal eine Frage dann an Werle gewesen. Wann man sich zusammensetzt, wie lange es dauern wird und so weiter. Da auch wieder so ein unangenehmer Spaß, wo ich auch, wie gesagt, gerne mal sehen würde, wie Missinther darauf reagiert hat. Ob er da mitgeht, ob die beiden auf derselben Wellenlänge sind bei solchen Witzen. Aber wie gesagt, wir hatten keine Reaktion von Missinther dazu, leider. Zumindest in der Live-PK nicht. Die, die vor Ort waren, haben es bestimmt mal geguckt. Aber da ist noch nichts durchgedrungen, soweit ich weiß. Kam nicht so Werle Spaß von wegen, Zitat, lass uns kurz rausgehen. Fünf Minuten, oder? Und dann kam halt weiter, wir wollen keine Wasserstandsmeldungen geben. Er macht sich keinen Druck. Dann eben auch nochmal so Dinger, die halt aussagen, dass das nicht unbedingt, ja, so wie wir es vielleicht erhoffen würden und sagen, guck mal, was er gemacht hat der Sven. Dann macht er geil, verlängert, tschüss. Sondern er sagt auch, es wird intensive Gespräche geben. Es gibt wohl Dinge zu besprechen. Kam auch ganz klar durch. Zitat auch von ihm, beide, Missinther und er sind beide keine angenehmen Verhandlungs- und Gesprächspartner. Das klingt auch alles nicht so geil. Hat natürlich auch gesagt, er freut sich auch gerade darauf. Ich meine, wenn die am Ende einfach beides harte Köpfe sind, sture Köpfe sind, die genau wissen, was sie wollen. Was natürlich auch Missinther sich mit sich erarbeitet hat. Aber ich habe gestern im Video auch gesagt, wenn der da sich hinsetzt und ein paar Förderungen stellt und genau weiß, was er will, hat er sich das verdient nach den drei Jahren oder dreieinhalb Jahren, die das beim VfB ist, 100%. Und wenn sie am Ende sagen, es sind ja harte Gespräche gewesen, aber wir haben einen Punkt gefunden, wir arbeiten gerne zusammen, das funktioniert, dann ist ja auch alles cool. Aber natürlich erstmal ein Satz, der vielen ein bisschen sauer aufstößt. Khedira nochmal dran gewesen. Er hat einen klaren Plan, der Zeit mit sich bringt. Er hat auch gesagt, er hatte schon schnell Angebote, um auch operativ einzusteigen. Also tatsächlich auch schnell Angebote wahrscheinlich für so Geschichten wie Sportdirektor oder sowas. Sagt aber selber auch, er weiß, wie viel Wissen man da braucht, wie viel Erfahrung man braucht für sowas wie Sportdirektor und Sportvorstand. Also Khedira weiß genau, wo er hingeht, er hat sich eine Timeline auch gesetzt, er weiß genau, wie es aussieht, was er gerade kann, was er noch nicht kann, wo er hin will. Er hat auch, ich glaube, fünf Jahre Plan, so in die Richtung ging, er hat sich eine Timeline gesetzt, natürlich die Zeit mit sich bringt und sowas. Khedira ist einer, das wirkte auf mich auf jeden Fall so, der Mann ist hier nicht ewig. Der Mann ist hier ganz sicher nicht ewig. Klar, er sagt auch, er will hier sich keine Posten ergattern. Mal gucken, ob es in Zukunft irgendwann passiert, dass man im VfB den Posten übernimmt. Es gab ja die ersten Bild-Wahn-Ideen, dass irgendwie Khedira den Posten vermisst hat, übernimmt und so Geschichten. Dass es ein bisschen sein Ende wird quasi, die ganzen Aktionen hier. Muss man auch nicht mit, muss man, glaube ich, auch erstmal nicht mitgehen bei den Bildberichten da. Aber man merkt schon, der hat ein Ziel, der weiß sich zu artikulieren. Der ist souverän, der ist selbstbewusst, der hat eine Aura. Der Mann ist hier, glaube ich, nicht auf Ewigkeiten. Der wird schon seinen Weg machen im Fußball, glaube ich. Dann die Meinung jetzt von mir noch am Ende, auch wenn es recht lange ist, aber es gab ja viel zu besprechen. Eine Stunde war die Pressekonferenz lang. Auf Twitter, wie gesagt, brennt die Welt. Ich weiß noch nicht ganz, noch nicht so ganz, was ich mit der Pressekonferenz anfangen soll. Es war schon, wie gesagt, das passendste Wort für mich. Es war einfach unangenehm irgendwie, was vor allem an Werder lag. Wie gesagt, ich fand Khedira stark. Vogt, Lahm, Gentner waren recht unauffällig, würde ich sagen. Weil er halt derjenige, der da oben saß und das irgendwie alles als das Geiste der Welt verkauft hat. Ist ja irgendwo auch sein Job. Ist ja klar, kann ich da oben hinsetzen und sagen, hab's mal geholt, mal gucken, was draus wird. Ist ja auch klar. Aber wie gesagt, war unangenehm. Diese Witze, diese Versuche da, auch ausgewichen bei Fragen, gerade die Fragen, wo es darum ging, ob Missentat involviert war und sowas, da ist er absolut ausgewichen in seinen Antworten. Und es kam eben leider auch 100% das Gefühl durch, dass Missentat nicht eingebunden war. Der saß da erstmal nicht mit oben, was ich vielleicht irgendwie von der Hierarchie oder von denen, die Entscheidungen treffen, dass sie jetzt da sind und sowas, irgendwie verstehen kann. Von mir aus setzt er oben hin oder setzt er nicht oben hin. Aber wie gesagt, diese Kommunikation auch von Werder oben mit Mikrofon und Sven irgendwo mitten im Raum, komisch einfach. Und der Quidia konnte nicht antworten, konnte nichts sagen. Sau angenehm, ganz komische Nummer gewesen. Und es wirkte eben ganz klar irgendwie, als wäre er nicht eingebunden gewesen, auch beim Thema Gentner nicht. Wirkt so, als wäre Gentner jetzt geholt worden. Und jetzt überlegt man sich das Aufgabenprofil und nicht andersrum. Dann hat man gesagt, ey, Gentner hat die Möglichkeit oder hat er Bock drauf, das machen wir. Und jetzt habt ihr ja noch Zeit bis zum 01.01. Hier Sven, hier Rüth, überlegt euch mal, wie ihr den Kollegen da einbindet. Weil auch die Fragen darauf, natürlich gibt man nicht so viel interner her, ist ja auch klar. Aber es wirkt ja auch ganz klar so, als hätten wir nicht unbedingt den Riesenplan genau, was jetzt Gentner da macht, auf seiner Position Leiter, Dezenzspieler, Abteilung. Was ist das genau für eine Bezeichnung hat. Was aber weiterhin ganz klar wirkt, alle wollen, dass Mislintat verlängert. Das wirkt für mich 100% so, auch das Lob während der PK 100%. Die große Frage ist jetzt halt, ob da Mislintat Bock hat, ob Mislintat diesen Weg mitgeht. Und daran liegt es eben. Es wirkt ganz klar so, als ob er jetzt schon ziemlich vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Die Reihenfolge stimmt nicht, vor allem für uns Fans stimmt die nicht. Wie gesagt, es ist natürlich alles nur das, was auf einen rüberkommt. Es kann sein, dass der überall eingebunden war. Kann ja sein, wissen wir ja nicht. Aber so wie die PK wirkt, wie die Kommunikation wirkt, wie gesagt, die Reihenfolge stimmt nicht. Für uns Fans ja sowieso, Reihenfolge ganz klar, oberste Priorität, Verlängerung von Mislintat. Ganz klare Geschichte. Also ganz komische, unangenehme Pressekonferenz. Aber nicht so dramatisch, wie es jetzt manche auf Twitter oder sowas machen, finde ich. Es bleibt viel abzuwarten jetzt. Leider wird das wahrscheinlich die nächsten Wochen weiterhin dick bestimmen, bis eben da endlich mal was durch ist in Sachen Mislintat. Was ich hier aber sagen muss, ich hoffe weiter auf Verlängerung, gehe davon auch weiter aus. Einfach mal so ganz naiv. Und sage auch, dass ich nicht glaube, dass Mislintat so einen Instagram-Post absetzt und dann eben am Ende doch nicht verlängert. Und jetzt ganz, ganz naiv auch wieder gesagt, weil ich schätze ihn mal so ein, dass einmal, Nummer eins, er kein Management hat, dass das für ihn postet. Ich glaube schon, dass er das selber tut. Und eben dazu, wenn er es selber tut, dass er das auch nicht macht, weil er merkt, oh, hier ist gerade viel Unruhe drin. Ich mache den Post jetzt mal, um Ruhe einkehren zu lassen. Und drei Wochen später sage ich, hm, hat doch nicht gepasst. Ich verlängere nicht. Ich hatte doch keinen Bock auf die drei oder auf die neuen, besser gesagt, auf neue Leute, auf mehr Leute. Das ist der Punkt, den er nicht so gerne hat. Eigentlich eher mit einem kleineren Kreis, vertrauten Kreis, schneller arbeiten als mit vielen, wo eben viele Entscheidungen treffen und so weiter. Aber es wirkt für mich nicht so, als würde er so einen Instagram-Post absetzen, nur um kurz Ruhe einkehren zu lassen und dann vier Wochen später zu sagen, ach, wisst ihr was, vielleicht doch nicht so geil gewesen. Die drei gefällt mir doch nicht so. Ich bleibe nicht. Wird, wie gesagt, weiter heiß bleiben, solange es da keine Entscheidung gibt. Letzter Punkt, den ich aber nur ganz klein machen will, weil es einfach, ja, irgendwo einfach auch normal ist von der Kommunikation her, was natürlich auch einigen VfB-Fans sauer aufstoßen dürfte, ist eben, wie das Ganze wirkt. Das ist wirklich, das ist halt schon dieses, der VfB ist so groß, so viele Möglichkeiten, die Region, Ambitionen, Fans, alles so geil. Dann holst du die großen Namen, Khedira, Lahm, Gentner, da hocken die alle am Mikrofon und sowas. Wie vorhin gesagt, dieser Make-VfB-Crate-Again-Vibe ist vielleicht ein bisschen komisch, aber sollen die jetzt sagen, wir sind hierher gekommen, damit wir in den nächsten 15 Jahren am besten Fall jedes Mal 15. werden. Also von der Kommunikation ist ja schon irgendwie klar, dass es in die Richtung geht, trotzdem der Vibe ist natürlich schon da. Problem für mich hauptsächlich Werle heute auf der PK, von der Außenwirkung her, von seiner Formulierungen her und so weiter. Nicht Khedira, Lahm und Gentner und eben das lange, lange Thema ein bisschen hat, bis es eben endlich beendet ist. Gerne eure Meinung in die Kommentare, gerne auch kostenlose Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Danke fürs Zuschauen, natürlich hier wie immer noch viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.